Musik 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 Julius kommt Auch perfekt Julius? Ja, es ist Maximok, unser vierter Mann Achso Ja, der auch bei links und auch bei Paul ist Hallo 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 Hey, Gas, ich hab nicht so viel Zeit Wir sind noch im Spiel Ruth und ich muss jetzt nur noch das Spiel gewinnen Es ist nur noch 2 Leute am Leben Ja, dann geh ich doch mal mit anderen Zeug alleine, tut mir leid Weil ich, wenn wir nichts essen Kannst du dich schon ein bisschen warten? Bei mir gibt es gleich so 30 Minuten Essen Oder so 40 Minuten und dann würde ich vorhin eine Runde zocken 40 Minuten? Ja, wir sind gleich fertig Ja, wie viel leben wir euch noch? 20 Leute und die Zone ist richtig klar Ja, ich hatte drüben noch andere Leute, die meinen Die sind jetzt Ja, wir brauchen Wir sind wahrscheinlich jetzt in den nächsten 5 Minuten tot Ja, drüben noch andere Leute, okay Warte, unten ist alles voll und oben ist einer alleine Ja, wo hast du jetzt andere Leute? Äh, andere ist noch nicht Ja, egal, aber ich komm später Wir sind jetzt gleich tot Wir sind jetzt gleich tot Wir sind jetzt gleich tot Wir schaffen das Oh mein, warum kann er nicht warten? Unten in den Ruinen Das müssen die sein, aber ich seh sie jetzt Wollen wir den anderen mal anschreiben Ah, ich seh sie Oh Gott, von hinten, von hinten Von hinten, von hinten Oh Gott, nein Wir sind umzingelt, wir sind umzingelt Ah, Umut Umut, 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 sollst du dich retten? Ah nein, ich mach das doch Rett zu mir, Rett zu mir Umut, nein Alter Schreibt ihn sofort an, dass wir jetzt fertig sind Schreibt ihn sofort an Ich sag doch, wir sind in den nächsten 5 Minuten tot Oh nein, ich muss jetzt lieben Schreibt ihn an, schreibt ihn an Wunderbar Oh nein Wenn der jetzt, wenn der jetzt grad beigetreten ist Dann wichst er Schreibt mich mal ein Äh, oh ja, ich schlach das beide an Ich lade dich an, ich lade ihn an Nein, Mario Ich bin noch in der Luft Was für ein Bastard Ja, kann ich machen, der ist offen hier auf der Straße Ciao Super Wow, was für ein Assi, Alter Beste Wunde ever Beste Wunde Wir spielen Wollen wir liefen oder nicht? Ich würd sagen, da liefen wir Ja, lass raus Die hauen ab, die hauen ab Ja, nee, wir liefen aber trotzdem Ich krieg den noch Ich seh das doch, weil ich seh gerade Umut Ich krieg den noch in der Luft Ich krieg den noch Immerhin ausgehört zu Nabi Die ganze Süßigkeiten sind schon leer, ne? Ich muss wieder neues, äh, neues Zeug einkaufen gehen Das ist alles aufgegessen, jaaa Jaaa Ich bet, äh, sollte ich mein PC ab, werd ich richtig fett, Alter Ich hab schon ein Kilo zugenommen Jaaa Jaaa Du musst auch das richtige Game of the Dead essen Jaaa Karotten und so Ja, auf jeden Fall, Alter Was empfiehlst du denn? Jaaa Ich weiß ja auch nicht, hier ist auch nur Scheiß Zeug So, auf jeden Fall würde ich auch mit Waffen laufen Äh, können überall sein Weg, ne? Ich geh wieder vor, das ist, äh, ein Wagen Also fährt irgendwo da rum Aber es ist jetzt in den Häusern, ich seh ihn nicht mehr Ich glaub, wir bräuchten auch mal so ein Haufen Jaaa Ich weiß nicht So, wie, oh Gott Hoffentlich mal geduckt, oder so? Oh Gott Fährt das Sniper irgendwo rechts Ich glaub, der auf der anderen Seite Das war eine fette Sniper Gehzone kommt, wir müssen jetzt über den Fluss, ne? Was? Ja, ja, wir müssen über den Fluss Halt das Auto, legtchen! Oh Gott Hat uns gesehen Ah, hat uns gesehen Ah, nein! Leider tot Beide tot, hast alle beide umgebrochen? Ja, ja Äh, wir nehmen das Auto von denen Okay Doppel zu lang Ich loot die kurz Boah, wie gut bist du, Alter Ach, du hast du da Huch Huch Griff Ähm Kannst du nicht im Auto Fahr einfach schnell Ich hab wenig Leben Oder? Da loot einfach grad Haben dich getroffen? Wir haben mich fast getötet, Mann Oh! Heil dich, heil dich! Fahr, 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 fahr! Was hast du genommen? Hier ein bisschen Zeugs Achso Ich hab nicht alles Ich hab nicht alles Ich hab jetzt nicht alles von ihnen genommen Scheißegal, Mann Fahr! Ja Und wir fahren schon über den Fluss Kannst du nicht einfach ins Wasser einspringen? Achso Achso Ah, Mann Ah, Mann Ja Okay Das Problem ist in den Hallen Also, da werden die uns nicht kennen Fallen Das sind Leute Ich hab einen ab, äh, angeschossen Er lebt noch Okay, gut Lock ihn Lock ihn in den Fallen Dann bring ich ihn um Er ist tot Er war alleine Ha, hat mich mal getroffen Entschuldigung Äh, ist noch ein Spieler Bei den Hallen Ist in der Halle Kommt um die Halle rum Kommt zu dir Kommt um die Halle rum Kommt um die Halle rum Kommt um die Halle rum Echt? Mir ist gerade da Guck mal, alles gemacht Kein Problem für mich Er ist aber richtig kacke, ne? Oh, es geht Wir müssen zum Glück nicht da runter Oh Gott, es ist die Spieler Leit da unten Ein Spieler auf der Straße Richtung Südwesten Seht der uns? Ne, 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 ne Der läuft gerade um sein Leben Geht's in die Zone rein Wir müssen dann gleich nach rechts gucken Aber wo links sind auch Schüsse, ey Auto Auto, Auto, Auto Ja Wusste, hast du ihn gesehen? Bei mir irgendwo in der Nähe Ja Fährt weg Ah, ich bin auf den Spieler gestoßen Wusste Ah, bin zweimal getroffen Lebt noch, der Spieler Ah, jemand schießt auf mich Der andere Spieler schießt auf mich Geh weg gegen Deckung, heilig Du schießt auf mich Nur schießt auf mich Siehst du Ich bin hinter dir Ja, ja, geh in Deckung Ich seh den Spieler nicht hier auf dich schießt Geh in Deckung Heilig Ja, aber hinterm Baum Du hast nen Koffer, oder? Ja Ja, nimm den Machst du das, oder? Ja, das ist ja das Ich hab einfach mal Spaß Also was ist halt auch Spaß? Oh, Spaß? Wird den zurückschrecken Ja, ja, jetzt hat er Angst Ich sag dir, der und seine 14 kommt 14 Leute, die alle rum sind, ne? Die haben jetzt alle Angst Kommt jetzt nicht hier hin Spoiler-Warnung, sie werden doch hier kommen Scheiße Ich spiele plötzlich nicht im Weg Okay Das in dem Haus, da sind Leute? Ja, ja, also da Haben die gerade eine umgebracht Ich schätze mal, es sind zwei Leute Kann natürlich auch nur einer sein Ich werde das mal auf der Typ, der auf dich geschossen hat Das heißt, wir hassen den Der ist oben auf dem Dingens Auf dem Berg ist der, glaub ich Oder hat der von unten auf mich geschossen? Ich glaub von den Häusern Weil genau da ist einer bei den Häusern Ist einer gerade gestorben Auf den ich nämlich geschossen hab Okay Ich hab ein bisschen Angst vor den Häusern Ich will nicht in den Häuserkampf geraten Ja, das Problem ist, wir müssen da hin, ne? Ja, nicht ganz Auto, Auto, Auto Oh Gott Ich seh ihn, ich seh ihn Zwischen den Zwischen den Bäumen ist der Auf den Südwesten, siehst du ihn? Ja, ja Der liegt Der liegt Aber Problem ist Die mich nicht, aber ich bin hinter dem Baum Siehst du die? Ja, ich hab ihn einmal getroffen Das Problem ist, ich sehe Er ist tot Fuck Das sind zwei Stück, zwei Stück Zwei Stück Ja, das ist ein anderer Wände überhaupt Weil ich hab ihn mit einem Ich hab ihn umgebracht sofort Der war nicht ausgenommen Ich muss aber dahin, ich brauch sein Halbzeug Da ist einer Wo? Der im Auto 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 Ach so, ich hab schon gedacht, aber die ist doch gerne umgekippt von den Wichsern. Und da war die ganze Zeit hinter mir. Zwei Stück sogar. Ja. Hast du den einen denn umgebracht, seinen Kollegen? Ja, ja, seinen Kollegen hab ich umgebracht. Perfekt. Und ich dachte, ich wollte... Das heißt, ich hätte zu dem anderen Typen hingehen können. Ich dachte, weil du sagst, das Auto... Und ich hab ein Auto gesehen, ne? Ja. Und ich zieh dahinter, ist auch keiner. Plötzlich krieg ich den Schuss ab. Und ich dachte, fuck, vielleicht hab ich den nur übersehen. Ah, wie mies. Okay, da gab es nur ein paar Kommunikationsprobleme. Ja, das ist kein Ding, kein Ding. Das ist halt auf der Zeitgleich passiert. Also als ich auf mich geschossen... Also der Typ, den ich umgebracht hab, der hat auf mich geschossen. Gleichzeitig kamen bei dir Leute. Ja, das ist echt mies. Das ist bad Timing. Ja, wir waren da unsingelt, ne? Ja. Aber echt geil, man. Wenigstens ein bisschen Action. Ja, Action! Ja, Action! Jochen, wir haben dais. Jetzt habe ich einen Punkt. Ja, ich habe ihn raus. Ich habe ihn aus. Ich habe ihn aus.